Eure Majestät, Ganon und seine Untergebenen haben die Insel Coridae überfallen. Wie können wir helfen? Es steht geschrieben, dass nur Link Ganon schlagen kann. Doktor, ich glaube, ich bin homosexuell. Wie kommen Sie darauf? Regenbogen! Äh, Alter, du solltest hier echt mal ein bisschen aufräumen, auch auf dem Boden. Hey, ist das mein Gio? Das ist mein Gio! Ja? Ich hab meine Musik mittlerweile seit drei Monaten nicht mehr gehört. Du sagtest, der wurde gestohlen. Das wurde er. Du hast nicht gesagt, dass du es warst. Du hast nicht gefragt? Hä? Was ist das? Jetzt, Kaiba, ist Schluss mit deinen Spielchen. Es ist Zeit für ein Duell. Exodia! Aber bis jetzt hat es niemand geschafft, das Monster zu rufen! Exodia, Attacke, beende das Spiel! Du hast mir hier keine Anweisung zu geben. Ich hab noch gar nicht gesagt, dass ich den Ballmann machen werde. Der Ball steht mir nicht. Das sieht total beknackt aus. Reistest du eine Beschwerde einreichen? Ich finde, der steht dir ausgezeichnet. So ein Mist! Fall ich nicht rein! Hey, Sanji! Der Ball steht dir ausgezeichnet! Okay! Ich mach es! Ich bin der perfekte Ballmann! Ja, er steht dir wirklich sehr gut. Du siehst aus wie der Prinz. Vom Idiotenland. Was wären deine letzten Worte an Drew gewesen? Lauf, Schlampe! Lauf! Das ist noch härter als damals, als ich vergessen hatte, wie man sich hinsetzt. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche. Dein Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Vertrau doch deiner Mutter. Was war das? Ich hab gesagt, deine Mutter ist so fett, da hat sogar Jabba Augen gemacht. Und deine Mutter ist so hässlich, da gruseln sich sogar die Agnats. Oh, deine Mutter kommt. Deine Mutter ist so dumm, dass sie die ganze Zeit R4 zu R2-D2 sagt. Deine Mutter ist so fett, dass Ben Kenobi sagt, das ist kein Mond, das ist deine Mutter. Deine Mutter ist so dumm, dass sie sogar von Jar Jar noch sprechen lernen könnte. Und deine Mutter ist so dumm, dass sie glaubt, ein Leserschwert könnte, könnte man abonnieren. Leser! Ein Leser, Lesen, Lesezirkel, kann man abonnieren sowas? Was zum Lesen? Lesen, so blöd ist deine Mutter. Deine Mutter ist so doof, sie ist extra nach Bangkok gefahren, um einen Thai-Fighter zu kriegen. Luke gewinnt!